das finde ich nicht gut sag ich auch immer ultra scheiß mega weil man anderen hätte war das nicht so laut wenn ich gesehen wenn man team ist nicht mehr okay ich bin doch dauernd jemand aus ich hab mir mal neun boden muss sagen nicht klingt auch ungewohnt anders also ich dachte ich dachte jetzt nennt man das stimmen nein das könnte auch sein hatte so viele luftballons weg damit nicht nein ich war ja noch gerade was feierst du oder sein morgen geburtstag jetzt ja ich glaube du müsstest das noch mal in der geburtstagstelle reinschreiben weil ich hatte die glaube ich irgendwann nur noch für stamm user aktiviert und als du dann dieses jahr eingelöst hast müsstest du es glaube ich doch mal ein tag bei bedarf also du willst nicht haben dass wir wissen dass du morgen geburtstag hast muss man auch überlegen aber ich habe mir jetzt gerade schon auch gesagt also aber wenn ich so auch okay das passt zu verdienen viel selber schuld hier ist vor ist das nicht auch so eine kompetente gruppe doch aber sein leben die erkenne ich aus plett und zwei noch leben die noch also für gewöhnlich finde ich plettung kompetente gruppen sind nicht lange lebe ich nicht langlebig oft habe ich das gefühl ist plettung kompetente sind meistens zwischen 12 und 18 naja und dann ist so sobald ich weiß nicht wie alt mani ist dafür dass kompetente aber es gibt halt ausnahmen ich war damals auch älter aber in der wege sind halt eben so wie ob ich wen kennen hat von uns ich glaube schon mal von gehört ja ja ich bin ja auch über 30 also theoretisch gesehen werde ich noch drinnen im game ich glaube ich glaube ich aber auch weil es plettung halt einfach nicht so der ernst zu nehmende kompetente spiel ist wegen peer-to-peer was nintendo selbst schuld ist wenn nintendo sich dann bemühen würde daraus ein ernst zu nehmen das kompetente spiel zu machen dann wäre es bestimmt auch glaube ich populärer und wird dann auch in den e-sport reingehen aber hast du das nicht gepackt ne joh tendo aber ist schön das ultraschall jedes mal wenn es gibt lieblingswaffe meines ende deswegen darf ich jetzt spielen also muss sagen dieses darf ich nicht spielen das hast du dir aber selbst ich glaube niemand hat jemals gesagt hier dass du es nicht spielen das das ist glaube ich etwas ist dieser roller hier in diesen rolle aber für mich bei uns ich bin mit ihr ich kann das auch weit weiß ich so dass ich rolle die tippe gespielt weiß ich doch noch ein roller und den habe ich gerade getötet und dann hat er mich getötet und dann war ich traurig aber bis in meinem team aber das bleibt aber schon du gehst da jetzt runter ich zwinge dich dazu ich glaube das können random sein name den ich immer wieder wieder ich kann ihn bloß nicht richtig einordnen nick ja nein das ok das hätte ja sein können dass nick den roller spielt ne wie gesagt ich spiel momentan mit dem bogen ja aber bogen würde ich auch gerne wieder spielen naomi naomi ist der roller ja ich frage mich zwar wie ich naomi gerade getötet habe mit einer bombe die bombe ist doch stimmt naomi habe ich gerade wieder die grintanik gesehen ja der ist wieder da zwei waffen haben den aktuell aber der ist nicht mehr so gut richtig und der ist schon finde ich ok also der ist halt wieder unverwundbar ich finde es halt unverwundbar ja 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 nein 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 ah 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 das ist jetzt zum zweiten mal ins wasser gefallen ey nein vielleicht kann man hier nicht mehr so gefallen die man sich einfach nur war nix 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 Ich hab Nick gesnipet und ihn sind wieder ins Wasser gefallen. Ja, dann musst du halt Spieler haben, die auch... Ja, aber dann spielen es halt auch eher Leute, die es halt... Oh, Nick! Oh, Manny! Ja. Ja, gut! Ja! Okay, wir werden dir random. Das kann nur gut werden. Ja. Jetzt ist Wasser fallen, bitte verboten. Ach, jetzt ist es verboten, jetzt wo du nicht in meinem Team bist, oder wie? Ja. So, so. Wer ist eigentlich? Ultraschein, Umi und Fini, okay. Hallo! Ja, wie gesagt, ich hab' die Band. Ihr bliebens in deinem Team. Und ich werde dumm gesnipet. Ja. Umi hat jetzt genügend davon gehabt. Ich hab' keine Hilfe für euch. Ich hab' keine... Also, ich hab' nie da... Genügend davon, ne? Also, ich geh' immer wieder da hoch. Ah! Ey, du da oben geh' mal runter da. Okay. Ach so, ist schon tot. Ja, gern geschehen. Voll gerne. Nur für dich, Umi. Danke. 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 Na, ich hab' nichts da. Oha, bumm geregelt. ich wieder mal hier bin ich hallo da bist du wird noch bestimmte bombe die bombe ich hasse deine bombe also wer ist so nur in mir oder ach so im moment aber nur wie es bei meinem team also weiß es gut musste ich habe gerade mal ich habe auf die karte geguckt weil ich dir vertraut habe ich habe gesagt naomi ist tot ja aber nur wie sie meinem team das ist ja das ist ja gut man so schlecht auch zu lügen aber auch vorn aber zu haben das erste mal gesehen dass ich gewinn habe das von aber tatsächlich was gebracht mal ein bisschen aber nur ganz langsam wenig ganz lang so nicht hektisch lasst ihr zeit einfach zeit lassen natürlich dann auch kann ich halt nicht einfärben hallo die ist scheiße dann seid ihr natürlich auch bei mir wir sind noch da fini ich wurde in der luft getroffen weswegen mir das momentum gefehlt hat weswegen ich runter gefallen weshalb es mir gar nichts ich habe es in meinem team ja ich bin in deinem kind ist vielleicht nicht so optimal wenn ich ins Wasser falle ja das stimmt oh ich habe einen double kill erwischt und triple kill oh ich gehe ab hier mönig bist jetzt die letzte wo bist du versteck mich vor dir ich habe keine angst mehr aber warum versteckst du dich dann ich schleich mich an ja du bist so ein assassiner ey lass mich die haben mich nicht gelassen oh wie heftig wie gemein wie gemein die belagern uns weiter auf uns zu belagern ja so ein bisschen ne ja das hat mich über die ganze stelle gold haben wir nicht gefunden aber das sag mir warum hast du dein auto äh ähm äh ähm versteckt warum hast du ein bot ich sollte noch springen hm ich glaube das geheimnis ist ich glaube das geheimnis ist das nicht zu verraten das ganze machen mit dem gegner team damit ich bescheid weiß ich habe trotzdem ein bisschen belagert und die aufgehalten voller voll mit der bombe ist krass nein nicht wieder umfärben ich habe so hart gearbeitet sie hat mich einfach zweimal getötet ich dachte du versteckst dich vor dir offensichtlich nicht manny noemi und fini ok als seiner bei euch santa claus hat mich aufgepasst ich weiß es nicht das war das war ein zufallsschuss das war ein zufallsschuss glaub mir wir sind eins wasser gefallen also ich kriege ja nicht eigentlich selten kaputt aber wenn dann bombe geschehen wir haben echt ein der heißt santa claus ok was sollst du davon wieder ich habe nicht der ist nämlich untergegangen der ist der ist von euch links falls hinzu ich wollte nur helfen und wahrscheinlich dann erst recht hier sollen das das ist der language kill das soll ja eine lehre sein gehen wir weg von dort danke aber wer ist denn da durchgekommen ich also also keine parik auf die ultraschall weil ich mal nicht oben stand er war gestern auch mal dabei wer wahrscheinlich santa claus ach so weil das geiler wollte hier gleich vorbeikommen und aufbauen ach so haben wir denn jetzt ist weggegangen weggegangen platz vergangen oder waffe vergangen mit und 60 oder also soweit ich weiß haben sich die die stecken sich selbst mit uns zwei ich möchte hier auf dieser plattform film weil du ein helles ist wie christus mit die stecken sich alle ich glaube im ersten teil haben die sich nicht da gesteckt ich weiß nicht damit habe ich mich nie auseinandergesetzt da haben sie sich nicht gesteckt könntest du auch wenn das wasser zu springen ins wasser springer ist ihr kippt zu geben wenn ihr da oben geworfen er ist nun ja ein paar kipps können ja also ich habe gehört du gehst jetzt runter von diesem turm und dann sind wir alle glücklich ja wo soll denn männer sonst sind ja nur den einzelnen da kommen wir näher ran wo kommt jeder her das sage ich dir nicht aus seiner wir sind aus diesem imposter nein kapitel war das aber ich habe dir noch gar nicht so sehr gut erinnert mich an alles steht kopf echt näher an dann chaos im netz war es jetzt ein gezielter oder war es einfach nur eine random schuss und dann müsstest du mir auf die sprünge helfen ich habe die eine nicht auch da die glitscht doch die ganze zeit ja 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 ach so so meint es der glitzer darin ja gut ja genau als ob der noch aufgeholt wurde krass im deutschsprachigen raum probleme kürze mal spicy squids ab verstehst du jetzt ja ja sie als team text bei sie ist wenn das dann abkürzt dann hast du dann halt am ende ungünstige abkürzung ja ja wenn man dann halt auch noch im deutschsprachigen raum es ist das halt ich glaube ich ungünstig da muss man also das ist so dinge da muss man glaube ich nicht achten wir wurden schon angesprochen deswegen wieso dürfte das team namen zu haben wir sind bei mir nur im fini und heißen heisenberg ist jetzt stimmt das hatte und ich glaube nicht gerade schon gesagt ja jetzt weiß ich ja lieber wie du darauf kannst es kam so random einfach bist du bist mir zu stressig um gegen zu kämpfen das ist okay ich habe mich lieber an hier vom teil auf mit einer welt nein mini war das man ich wollte zeigen wie man das mit den sauger regeln da machst du mich kaputt er hat sich da von hinten angeschlichen die kasse die waffe schon mal gespielt sagen die waffe habe ich auch schon probiert die nur auf jeden fall um batu spielen in den splatter sagen ich komme mit der so gar nicht klar also ohne scheiße so eine ist der neue main für nicht da bin ich so schön durchgebrochen ich habe es gesehen und deswegen dachte ich vielleicht brauchst du diese branche das war ja spricht sich aus wenn ich ich habe mal 500 punkte eingewerbt also dafür ist mich unterbrochen ist das denn wir sind zu gut wir wollen nicht aufsteigen langsamer lasse ich bin jetzt alle einmal ins wasser das letzte mit die letzten spiele haben wir so wir waren einfach nur dead wir waren kopf geht nur mir bewegt sich das ist disziplin hier das einzige ziel das letzte runde getroffen hat bis jetzt mein moment mich aber noch nicht dabei nur ihm oder ich jetzt würde sagen bis 23 mal gut getroffen hast du danke schön nein ich treffe nicht manu ich habe jetzt eine waffe gegen dich ich habe eine barriere ich bin auch gerade in meiner basis und fährt noch ein bisschen ein da wird uns jemand beschäftigen und wirft bomben wer ist das denn mensch hat mich gerade als pink bezeichnen wir sind wirklich nein zurück die basis ich will nicht gewinnen ich weiß aber ich finde es mann okay ich gewinne für nick im gegen gegner team ja wer ist das denn da auf mich in der luft zu schneiden mach weiter so mehr ich mache mir auch sniper ich habe drüber geschossen bin doch gerade dabei zu beschäftigen ich mich alleine beschäftigt danke ich glaube nicht das ist ein heil weil ich gerne mal langsam und das ist ein fisch das ist ein strauß ganz einfach ein blumenstrauß neben das hier das ist manchmal so bei mir also nach der m ist ich bin jetzt nicht im nicht mehr gegen das gefühl ich treffe mit sniper auf einmal was also in der app ist muni die siegt ich glaube nur immer so aber jetzt glaube ich gerade waren wir nie sogar in der statistik ganz am ende noch da ich bin ein mysterium merkt schon hier das war schon ein bisschen sehr sehr verdächtig das war gruselig ich bin ein bisschen mehr als ich bin ich kann nicht alleine lassen wäre ich der andere charge entgegen ich kann nicht sagen dass nicht von hinten ist ja weil ich habe das schubst du auch genau könnte mich ja sein ja es miche keine bombe ach so ja gut nix ziel einfach hauptsache keine bombe wir haben uns einfach gegenseitig ist etwas aus über den weg waren weil du diese lustige medaille trinkst also ich muss möglich werden sie geht immer nur auf mich war schon wieder da ist und ich glaube das war so ein double team bündnis ich habe einen screenshot am schluss noch die sieht ist wahrscheinlich ja ich glaube ich schon nicht man muss ja irgendwie aber es ist halt glaube ich wieder so ein splatt und ding einfach kann das essen holen es hat noch kuchen von gestern was halt war denn gestern hast du gestern schon gefeiert wenn ihr heute geburtstag und feiert gestern schon also das ist nicht so gut also tut mir leid also da musst du leider ok kuchen geht generell immer nein der ring auch lol noch ein knallstopper mich als bei mir ja wir feiern eine party in der gegnerwälder nur mir wird wahrscheinlich bomben verrückte welt das war aber taktisch unklug da wirklich was ich habe ich habe euch auch schon möglich ok und das schal kaputt zu machen war schon glaube ich sehr sehr gut er ist einmal ruhig da die versuche irgendwie war das richtig kaputt das ist nicht gerade eine holle bohje binden genannt heißt dieses ding echt holbo im englischen heißt es killer wave deutschland generell scheiße ich meine man nicht mal diese rolle machen nein warum geht diese wollen nicht nein 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 nick hat sich für dich gerecht oder für mich besser gesagt das schild hat mich gerettet von nur ich muss ich sage ich glaube ohne schild welche habe ich auch aufgegangen habe ich youtube videos mache mehr oder weniger ich mache zwischendurch reviews aber ansonsten landen eigentlich alle community spiele auf youtube also was wir jetzt spielen schneide ich dann zusammen und dann schmeißt es auf youtube nicht so wahr ist alle mini das heißt ich kann ich mal sagen wo ist also immer noch in der basis das ist nicht lustig ich weiß auch nicht wieso ich glaube ich krieg mir die nicht kaputt ich hätte dann nicht übergehen sollen wer kam davon hinten warum kommst du von hinten für die ist gemein ein mann kommt immer von vorne da ist ja das problem ja eben der fini sei mal ein richtiger mann hier ist denn nur weil du weiblich bist heißt es nicht dass du weiblich bist genau nein das war jetzt auch sehr sehr unbändig von ich habe ein problem ich habe jetzt auch schon wieder von hinten angegriffen hat gut gemacht damit und wahrscheinlich mehr meckert habe ich dich jetzt einfach mal kaputt machen ja aber von hinten sei mal ein mann du bist eine ausnahme ein netter mensch hier bitte einfügen ich glaube das ist echt so ein ding sobald die leute wissen naomi ist freundlich ich glaube das ist echt so ein ding sobald die leute wissen naomi ist freundlich voll gut dann haben die echt so dieses bedürfnis naomi zu spieler ist das so ein bisschen traurig entweder den streamer so um zu sagen haha ich bin im fernsehen oder gerade eben und sich dazu nicht entschuldigt das ist glaube ich auch noch so ein ding stattdessen wird es ein bisschen das mag ich gar nicht wenn man schon so darauf angesprochen wird dann sagt man zumindest entschuldigung auch nicht wieder vor und nicht ein jahr war nur einmal lebt damit kumma klar also wir haben gestern auch bei uns im einen match angehabt der gespielt hat und dann haben wir auch den jahrleitung gefragt weil neu darfst du es nicht mehr ist disrespektiert sie hat sich auch entschuldigt dafür ja wenn man sich dafür entschuldigt und alles dann ist es ja auch geht ja es war es war nur einmal finde ich sollte einfach nicht mehr geht jetzt als vorgestracht meine bombe war mal nützlich bist du denn bei mir dann ist gut das ist gut moment schuldigung oder sehr gut ja 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 ich hab auch nein fini war das die plattform unter dem war unter diesem scheiß zum wenn man die mal braucht warum hat da jemand die heldenrüstung aus dem ersten teil warum nicht nicht mal ja hör auf mit ein strahl doch ja nicht in unserem team nehmen ok dann hör auf nicht nein nico auf hast du das überhaupt ist gar nicht nicht egal hört trotzdem auf wenn es einfach wäre ja dann nicht na fini mach fini kaputt nur irgendwie du kriegst das hin ja du finis ich kam nicht schnell genug weg ach so das war der random ich habe mich gerade darüber gefreut dass ich finis erfolgreich kaputt gemacht habe ohne dabei zu sterben weiter sind vor fini da sind dann das fungo hin ich gerade gesehen da war ich einfach hier wieder durch haben war ich doch bin ich damit kann ich leben ich habe den gegner start am meisten eingefärbt ich werde es leider nicht sehen weil nur in meinem team ist sollte halt dann nehmen wenn man ja ich sehe halt nur die leute die gegen die spiele wie ich dann raus entscheiden hätte mich jetzt echt interessiert weil ich finde den umbrella leider sehr sehr weiß ich bin leider sehr sehr schwach im vergleich zu einer anderen hat der hat sogar die mini bist du wieder willst du wieder mit mit dem team mit fini und remi aber du bist bei mir okay gut wer ist dieser andere sniper der mich gerade auf den sack geht brennen ach das war der random aber warte mal ob ich mit dem team bin ne ah ne ich bin mit dir ich habe dich doch begrüßt da habe ich 8 hallo mini der ist bei mir manchmal auf durchzug ja oder manchmal bin ich los ich höre nicht alles oder höre nur das was ich hören will ja das kann ich auch nur das hören ja oder render aber random nie könnte auch fahren immer auch von der zeit auf live zu kommen nicht kurz wegzuschnipen und dann wieder weg zu wollen ne finde ich gut mit fennig energy ne言 neee ne nee ne 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 ja ich habe ihn noch genommen. Danke, du warst zu spät, zu spät, du hättest ihn früher drücken. Konnte ich nicht, ich bin gerade erst gespawnt. Du wärst mal ein schneller respawn. Ja, sorry. Ey, nicht von hinten kommen. Aua. Wolltest du nicht gerade von hinten kommen? Nein. Hast du nicht gesagt, man kommt immer von vorne? Ja, man kommt immer von vorne. Ölschiebombe. Nein, die böse Bösebombe. Oh shit. Weißt du, ich snipe schön, Naomi. Ich snipe mit dem Sniper weg. Wer schießt mir von hinten ins Bein? Matti. Äh, fairerweise muss man sagen, ich habe nicht geschossen, ich habe geworfen, ja. Mach das gar nicht. Schon ein bisschen. Kann halt nicht gut werfen. Wer ist das denn? Ne, ah, verdammt. Ja, sehr gut. Warum sehe ich hier gerade einen guten Schirm? Das ist, das ist was Neues. Du siehst eine Person, die ist mit jeder Waffe gut. Du siehst mir nur runtergefallen. Also nicht ins Wasser, aber direkt von meiner Nase, das war lustig. Matti? Ja. Darf ich dir mal eine gute, äh, wie sagt man, eine gute Runde von uns gestern schicken, wo wir auf dieser Map Remaker gewonnen haben? Ne, darfst du nicht. Okay. Dann hab ich es. Nein, mach wohl. Ne, ne, wir spielen nur eine Stunde. Am August. Manny und Moemi. Nur eine Stunde? Das sind drei Runden maximal. Ne, wir machen High and Seek. Das geht super schnell. High and Seek sind da rund fünf Minuten oder so? Ja, wenn es hoch kommt. Hey, meckert CSC, was geht? Alles gut bei dir? Ja, genau dann spielt natürlich ein Mitfeld. Na, ist ja nicht schlimm. Wir machen ja nochmal. Aber ist ja schön, dass du schon mal Splettung mitspielst. Das ist doch schon mal was Gute. Äh, es wäre besser gewesen, welcher. Ey, ne, Manny, nicht bleiben. Böses Manny. Oh, ne. Böses Manny. 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 Affini hat auch wie verwirrend. Und Fini hat jetzt ein Umbrella. Wessen dann jetzt? A, Noemi ist bei mir. Hat den. Also, doch immer noch den. Äh, Shotgun. Immer noch den Sinn. Ach, nee, Fini hat diesen anderen dämlichen. Oh, den finde ich hier genauso. Obwohl der ist zumindest sehr sehr passiv. Ne, Moment. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne erste bombe trifft nicht ja da ist es lässt sich nur die hat mich bewirkt bloß ich bin ich auch es war halt nur so einer ein einziger einfach weg da weg da weg da weg da gehen ungefähr da gehen sind illegal habe ich habe auch so 80 raketen in meinem haushalt von den nuklearen der keine raketen hat er hat wohl einfach nur kein leben es gibt halt echt drinnen wo ich überhaupt gar nichts warum kann ich könnte es nicht die wohnen sein die du bist du bei mir bist hier ist das denn als wenn du nun mal um mich treffen würdest mani trifft immer nur mich hier zeige ich an dass ich ja das lustige ich treffe meist sich trefft von wenigstens und er ist ja jeder schalt ab du bist auch am meisten und wuselgusel was geht schön dass ihr da seid ich hoffe bei euch ist alles gut bei mir ist alles gut wie geht es denn dir selber wie jetzt ihren das auf jeden fall jetzt gerade auch splatt und bereit das ist überraschend ich nämlich auch war ein zufall ich bin nicht im weg bin und mecker danke schön für dein folgen denke ich auch wenn ich war gerade in deiner base ich habe nicht nur hier und nur ja dann bin ich ins wasser gesprungen weil ich da ist mui sniper main kompetent im spiel ja nicht ich habe mittlerweile mehr angst weil ansonsten ich habe mal ansonsten werden wenn sniper main ist einfach mal die waffe wechseln zu einer normalen waffe um halt ein bisschen schildes wir machen irgendwann schwierig ein paar wir kämpfe wenn man sniper main kompetente spieler ist es halt hart ich weiß das nicht ich habe keine ahnung deswegen ja die frage generell so weiß ja welche waffe nein doch mal erst mal mehr die bitte wechseln egal noch mal bitte oder nur im menschen jetzt war nicht okay sehr gut ich bin stolz auf dich macht das bitte noch mal ich habe es leider nicht gesehen deswegen glaube ich das jetzt einfach mal dann guck ich seh ich war ja tot alle weg aber ich war mein kill so ich fühle mich gerecht ich bin schlecht okay akzeptiere ich meine du hast doch gerade gesehen ich habe ein was soll das mir egal nur weil du nicht einfärben möchtest was du nur rein färben nein warum bin ich denn so dass ich die sniper am besten ein kommen kannst ich bin weg hier nein oder trommelschwerper schon wieder hell ich habe ich ja nie gesehen und jetzt kommt das zu nichts okay ich werde langsam warm mit sniper ja genau sie können auch einfach dazu scheinen schicken eine freundschaftsanfrage und dann passt es wenn ich euch auf meiner liste habe dann könnt ihr einfach dazu können also ich nehme natürlich leute an dafür brauche ich einfach nur dass du dann kannst du dir das ausrechnen wie lange ungefähr also um auf fünf von vier auf fünf zu kommen ist es einfach das zehnfache von auf vier sterne also quasi wenn du zehn waffen auf vier sterne hast das eine auf fünf man jetzt hat das schale und nicht gemeint jetzt treff ich dann nichts aber es nur ist noch gemeint ja die treff ich auch noch ab hallo also sehr du hast mich einmal getroffen da jetzt reicht es hier wo ist man jetzt immer auf meni ein müsste gleich aber wieder waffe wechseln also schon auslosen ich bin tot von dem sauger dankeschön für den folgen dankeschön ich gucke gleich hier im jahr zu mir es war effektiv kein sport kämpfen da ging eigentlich an mich aber trotzdem stelle so an ihr außerdem ich hätte auch ich will auch mehr nieder weg habe ich bin voll dagegen akzeptabel okay ich muss die waffe mittlerweile wechseln sorry ich treffe jetzt zu gut naja ist okay das ist jetzt zu viel das ist okay du hast volle erlaubnis von wem ist die freundschaftsanfrage einfach mal benutzen einmal rein schreiben dann möchte doch nur eine halbe minute halbe minute das ist in 30 sekunden ist das denn ja ist das zu viel verlangt oder ein bisschen das ist jetzt das westliche match hier geht auch nicht das ganze match hier doch geht wenn ich sage geht dann geht es nein geht nicht was ist das denn wie nicht bestimmt als ob da werden du in finie kann einfach durch jetzt erst mal gucken da raffinator dankeschön für den follow jetzt ich willkommen klar schicken eine freundschaftsanfrage und dein benutzer namen und dann kannst du gerne mitspielen du fliegst und das ultraschall da gibt es ja wie nato heißt auch gut wenn guck mal ja ich wir haben jetzt festgestellt ist nicht ganz so selbstverständlich ich weiß ist alles on stream aber wenn ich bis gut berg werde ist mir egal so und ich weiß naomi ist gut aber auch wenn man da um die mark kaputt macht muss man nicht bringen wer könnte noch gespielt werden mani ok unterscheiden wenn die sind außer nein auch die beiden nicht auch wenn man ins wasser fällt nein geht ums respektvolle handel auch ja wahrscheinlich sonst macht man zwei wer ist eigentlich mani nick und smooey ok sind bestimmt eine von unterscheiden wollen balance ja auch sehr wohl schon natürlich sind die von mir von wem sonst möglich wie die auch manchmal die war verändert hat nur die freut sich immer wenn ballons fliegen also wenn ihre ballons fliegen weil wenn die von anderen kommen dann mag es nicht außer dass vom eigenen team dann ist das doch wieder in ordnung ja das ist aber das mag auch ich zu ich bin leise gesagt party feiern darf change my mind du bist der einzige was party feiern darf ach so hey hallo heute darf ich auch party feiern ja er ist ja nur kuchen abgibt nicht ins platon das war viel ballons da bist du ja nicht ich habe die ballon quelle vernichtet ich bin gerade hier aber es ist center deck meter ich bin meter spieler leute ich bin ein hohes tier das wird zu sein aber bis zu ich bin mir nicht nur mein letztes mal finden danke ich merke gerade wir sind da durchgekommen nur und also sieht nach die spuren ja die kenne ich auch da sind viele hier wo bist du was habe ich so gerne das sind schon mal gute voraussetzungen max ein vernünftiges bild macht mich glücklich das haben wir gewonnen das haben wir nicht gewonnen auch nein von beiden namen ändert ach so mein gut many smooi und ultraschall let's go aber wir machen da ich war jetzt eine fette parat gehen deren base ich möchte verstanden wobei ich glaube ein punkt ist glaube ich so wie selina hat glaube ich halb so wild ein problem ist wenn ich viel trinke muss ich häufig auf toilette und wenn ich häufig toilette macht dann muss ich häufig pausen machen und wenn wir häufig pausen machen wenn wir weniger weniger gespielt ich weiß manchmal muss ich ein ticket einlösen das sind dann so drei minuten die zeit hätte aber ich kenne das spiel so dringend da ich auf toilette muss und so er sagt das bier ja du kannst wieder reinkommen kenne das spiel doch ich muss nicht oft aufs klo aber wenn ich ein ticket einlösung auf toilette muss dann sagt das spiel das direkt wieder rein gibt keine pause ich habe so langsam das gefühl ist jetzt gleich immer nur noch fokuss ja ja ich habe mich also runde ich habe immer noch eine minute so dann direkt sagt ja klassiker man kennt unter 10 minuten muss ich auch sagen ja das ist wie lange gegen match bei pokémon united das ist gar nichts in anderen spiel ich sage sagen ja gut klar ist es jetzt was ich mal hatte mal eine stunde ich dachte geht schneller als andere spiele dauernden wirkte gerade ein bisschen lenken also gerade habe ich irgendwann ist davon gefallen also jetzt nicht bei nur irgendwie das war davor der kill schon aber ich wollte gerade mega den deal ich habe gerade so ein bisschen problematisch ist sie glaube ich schon als zumindest kurze zeit gewesen stimmt könnte ich ja jetzt nicht wenn ich mir noch gar nicht hier aber ja wirklich gleich neu ich habe noch nicht gewürfelt wenn dieser spiderman da keine ahnung man verrät seine heimidentität nicht aber der peter packer wer ist das fini ich meine ich meine leute hört auf ultraschall abzuschießen das ist wichtig sein gejammer ist anstrengend ich meine frage wie viele leute waren im gegner team 5 5 5 alle c und die nick menu und neu die neue waffe wollte ich würfeln ich habe ich das noch schnell die würfel ich habe eine zwei gewürfelt das wird irgendetwas gelle sein glaube ich weißt du nicht welche doch jetzt von aber ich hab dich abgelenkt ja ich muss mal gut in eure base ok ballon die belagerung war erfolgreich die ballons wurden platziert wo kam denn her ja genau richtig mit ja kann ich mit leben und wenn aber ganz schön weit zurück gedrängt aber eine eine bitte habe ich lass mal eine ballon online als ob ich bin sie nicht erwischt du musst sie nicht noch abschießen doch die kacke sind nicht in unsere basis hier an acceptable warum werden die auf einmal so über das war gut das team wird nein okay ich habe mir gerecht ich noch mal nicht dann sehe ich mal was so ist das ergebnis und die bombard finie erwischt okay bin ich nicht traurig drüber so was haben wir denn die 52er galen dann halt zwischendurch macht man den an und dann trifft er ganz viele und dann macht er den wieder aus damit es nicht auffällt nein quatsch genau und den aktiviert er immer indem er den linken stick dann wird dann aktiviert er nur für dich letztes mal habe ich kein unser ganzes team ich habe gerade geguckt wer mein team ist wer ist jeder blaster hier raus hier weiß man diese druckwellen ach so aha der blastert die auch da habe ich ja dann voll gemacht ich bin cool dann bist komplett hätte hier kaputt ich muss regenerieren hinten ist man ihm ist ein sniper gedöhnt ach so ich müsste noch anpassen ne oh shit an die habe ich angepasst aber sie gar nicht so gut aus für uns irgendwie ihr seid so schlecht ich habe mal mehr ein leute versuche ich ja aber nicht und ich bin das nicht also many ich bin gar nicht bei dir in der nähe ich bin in deinem team ich war tot zu dem zeitpunkt der war in der nähe der muss wieder weggerannt ich war tot zwar die airbrush das kann ja genau dann weiß das wahrscheinlich die airbrush nein oh man ich bin blaster nicht guten hunger mayumi wer hat das wohl bloß gewonnen ich weiß nicht ja aber ja aber knapp ja aber ich habe auch nicht eingefärbt hat ich wollte gerade sagen hätte dir denn es hätte eigentlich nur einer durch pushen müssen dann hättet ihr verloren ich glaube bei bei ultraschall wird es immer früher eine voll was 15 uhr 14 uhr gleich heißt es aber ich bin eine stunde zu spät da kommt auch wieder zu spät das blätter ultrashall mecker und nick ok und ich habe wieder meine lieben bei den gegnern ich habe mich verstanden ich habe mich verstanden ja ich merke also ne hat jemand der ist heißt mecker also und wahrscheinlich mecker ja das kann ja die kam mit dem letzten großen update rein ja die kann jetzt nur ins betten drei ne aber sehr gut schön ich habe gesehen er gibt es hier neuen oberost salvo ja genau den gibt es auch neu oh nein ultrashall kannst du bitte fernbleiben mit deinen komischen Ballons ne ne ich will meine Ballons endlich mal rein danken na nein du bleibst stehen meine Ballons wollen eigentlich auch gerne mal in euren sporn aber ich komme halt nicht durch ich also habt ihr bis jetzt noch glück gehabt nein oder war ok ich wurde von inkmeister nicht der inkmeister da ey wieso 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 wurde ich dadurch one hit getogen ich verstehe es nicht oha kann ich jetzt endlich meinen audience spawnen also das wäre sehr nein doch doch ich komme jetzt ich komme jetzt und ich habe meine ulti kann ich mit leben also ich habe meine ulti erfolgreich in eurem aus ins bon gesetzt also ich hab mich da nicht wegkommen ey ich finde die die titanerläufer sind disconnected ja ich aber immer der race wird hier ja 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 nein ja gut ist er eine volle lobby nennen muss ja einer von uns sein ich glaube ja obwohl ich weiß gar nicht genau viel lieber wieder raus eine einrende müsste glaube ich da sein oder ja ja oha krass guck mal nicht wir haben trotzdem für dich noch gewonnen ja wie schaut man das spiel noch weiß nicht ob es pokémon unite p2p hat oder eigene server äh hat server kass ich hab wirklich eigene server müssen fucking mobile games nur deswegen achso naja ist es nicht in komplett aber es war ja damals als mobile game geplant schon ne ja ja das war und das ist glaube ich ich wünsche es bei paar punkten haben die mobile player ein paar vorteile echt welche ja bei sorak hat diese andere move wo man zwischenzeitpunkte hin und her das ist auf dem handy viel einfacher als für switch ja deswegen ob man die ist er bei sorak besser auf dem switch bin ich schnall tschüss raffi als jahre wieder einen schönen tag ich bin einer der ungen ich spiel ja na weil du was bist ich spiele bis das da muss ich leider sowas sagt man nicht hier er hat sie ja abgekriegt ja hat sie und welche attacken ja ja hälst du jetzt da kraft vorrat und sehr benötigt das spiel ich bin eigentlich ok was willst du auf stationen was ihnen dann sagt er nun oder ja das ist der zweite also also ich spiel den die die mit denen ich halt aus unendlicher entfernung nur einfach acht damit auf sich werfen und du siehst du denkst oh what the fuck warum kommt das mit anscheinen kann auch ja die 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 das auch so richtig ist dann ja wohl bei polizium hat ja ja wohl nein aber man kommt schon team wieder der raffi die einen schönen tag und schön dass du mitgespielt hast möglich kann ja trotzdem reinkommen wirklich das ist ja nicht schlimm dann sieht man nicht halt immer wieder rein hast du ja mal ist glaube ich ja oder wo kann man sich bewerben das klingt nach einem sehr guten stunden lohnt auf www hier sind keine bewerbung möglich punkte was wollte sie sagen woran erinnert es dich das ist das team aus der letzten ist wie sie ist das hier könnte ihre werbung ich habe bekommen wenn man erholt meine ballons sind wieder in der gegnerischen basis wir haben zwei tatsache das erklärt warum wir so ein bisschen belagern nein nein wenn ihr mich gerade abgeschossen ich wollte gerade in ruhe lassen und dann schießt mir mehr von den rücken das heißt krieg das heißt ja auch nicht umsonst so ich dachte weil es wir kam ich dachte weil bei turf war heißes weil es turf war das ist nicht mehr das ist kein sein sondern es war mal das war deutsch ja genau ich dachte das vergangenheit so das ist okay weil es war ja manche ja entweder lege ich wurde das nicht ist das mal eine strahlen wie heißen die auf deine für wen soll es nervig sein für die armen beiden wie mini und nick oder meins jetzt für uns für wen sonst nervig sein also ich finde es jetzt eigentlich eher immer nervig wenn ich zwei snipe im team am nervigsten ist wenn ich sniper spiele und plötzlich snipe beim team ist ja haribo kriegt keinen sack reis von mir sondern immer pringels mit dünner geschmack oder war das dünner geschmack oder pizza geschmack nein immer bei mir wenn er überwarten spiel und kriegst es nicht in die beiden ja gut möglich mittlerweile gern gewöhnt sie war ja gerade schon mit zwei schade jetzt schon wieder ich freue mich und ich habe einfach die gleiche waffe das heißt plettung denkt sie auch so das passt schon zusammen dann haben wir da zwei sniper das passt so zusammen die anderen kann ich jetzt nicht einsortieren es ist das ist egal hier nicht mehr das ist kein tripling strike wir haben ein 6 war wenigstreich okay das war der die oder in dem deck ja der ist das schon ab vorhin schon geleckt ich will nicht mehr die frage wir wollen wir nicht hier wir wollen keine aber ich bin doch extra dafür ohne eingekommen und ich bringe mal gleich zu dir oder nehmen lieber zu münchen sichere ich glaube ich bin sie nicht man erinnert mich daran dass ich auch wieder bock auf bogen habe ich finde das nicht fair nicht spielen was an ein da fliegt wahrscheinlich wieder raus ich bringe nein ich bin aus warum warum ist dieser schwappen eingebracht liegt ja nicht aus der lobby raus warum darf der mitspielen ich bin voll auf dich zugeschwommen und habe dich voll weggefäffert da ich finde so was zum beispiel gar nicht vermöhnlich fliegt einfach immer raus obwohl eigentlich gar nicht am lenken ist und der darf drin bleiben also das sind seine dinge die verstehe ich auch am netz gut einfach null also ich verstehe ich ja nicht warum ist das so das sind so dinge an das sind wir nicht so böse doch die ist böse nein ich sie nicht die tut nur so aber double charge und double ttec ging gut ja war ein gutes team würde ich wieder machen wir tun wir wollen es nicht mehr spielen wir haben und bei 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 Ok Vielen Dank.